51% der Abstimmungs-Podcast Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen hier zurück bei 51% dem Abstimmungs-Podcast. Heute geht es um die Trinkwasser-Initiative und wie immer habe ich hier die grosse Freude, einen Gast und eine Gästin bei mir zu begrüssen. Es ist das für das Initiativkomitee, die Initiantin Frau Herren. Auf der anderen Seite vertritt der Geschäftsführer des Bauernverbandes Beider Basel, der Herr Guthauser. Guten Tag miteinander. Guten Tag miteinander. Wie immer gibt es jetzt ganz zuerst den ganzen kleinen Infoblog von mir, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Und dann starten wir dann auch gerade schon in die Debatte. Mein Name ist Michael Honecker. Der Bund gibt pro Jahr ca. 2,8 Milliarden für die Landwirtschaft aus. Genauer, für Direktzahlungen an die Landwirtschaftsbetriebe. Das ist ja ein ziemlicher Batzen Geld, nicht nur für den Bund, sondern auch für die Bäuerinnen und Bauern. Für viele ist der Zustupf existenziell. Das Geld gibt es aber nicht einfach ohne Bedingungen. Unter anderem müssen die landwirtschaftlichen Betriebe ökologische Leistungsnachweise erbringen. Dort drin berichten sie über die Einhaltung von Umweltauflagen. Und obwohl es diese Umweltauflagen gibt, weiss man heute um die grossen Einflüsse, die die Landwirtschaft auf die Natur hat. Die Vertreterinnen und Vertreter der Initiative finden, dass sie zu grosse Einflüsse sind. Sie fokussieren dabei auf das Trinkwasser. Und wenn, dass die ökologischen Auflagen für den Bezug von Direktzahlungen angehoben werden. Sie identifizieren drei Gefahren, die potenziell auf das Trinkwasser wirken. Und schlagen folgende neue Bedingungen vor. Die erste Gefahr geht gemäss einer von der Pestizide aus. Und tatsächlich, man findet auch Gestände von Pestiziden oder ihren Abbauprodukten im Trinkwasser. Und das zum Teil auch über dem Grenzwert, der in der Schweiz gilt. Mehr zu der Folge von Pestiziden gibt es übrigens auch in unserer Folge zur Pestizidinitiative. Aufgrund von dem, dass man die Pestizide im Trinkwasser findet, fordert die Initiative, dass es keine Direktzahlungen mehr an Betrieb soll geben, womit Pestiziden produzieren. Die zweite Gefahr geht gemäss der Initiative vom Nitrat aus. Nitrat gilt als krebserregend. Und kommt insbesondere durch Gülle ins Trinkwasser. Die Gülle gibt es ja überhaupt erst nur wegen der Tierhaltung auf den Hof. Und darum will die Initiative die Tierhaltung begrenzen. Und zwar sollen nur so viele Tiere gehalten werden dürfen, die man mit dem auf dem Hof produzierten Futter auch ernähren könnte. Drittens identifiziert die Initiative ein Problem beim Antibiotika-Einsatz. Denn gemäss Ihnen wird zu viel Antibiotika gebraucht. So kommt es zum Beispiel auch vor, dass Tierärzte vorbeugend Mittel verschreiben. Und zu grossflächigen Einsatz von Medikamenten begünstigt die Bildung von resistenten Keimen, die dann die heutigen Mittel eben nicht mehr dagegen wirken. Darum sollen Bäuerinnen und Bauern, die provylaktisch und regelmässig Antibiotika einsetzen, keine Direktzahlungen mehr bekommen. Der Bund ist gegen die Trinkwasserinitiative. Er anerkennt zwar die Probleme, die angesprochen werden, stellt sich aber auf den Standpunkt, dass die Kernanliegen von einem besseren Gewässerschutz und strengeren Kontrollen von Pestizideinsätzen und Pestizidzulassungen vom Parlament bereits aufgenommen worden sind und in Gesetz gegossen werden. Auch werden Haltungsformen von dir, die weniger Antibiotika verlangen, heute schon finanziell unterstützt. Darum findet der Bund, braucht es die Initiative nicht. Wir kommen jetzt zu der Startstatement von Herrn, Ihre zwei Minuten. Ja, vielen Dank. Also die Trinkwasserinitiative ist eigentlich entstanden aus der Erkenntnis, dass die Schweizer Bevölkerung ihre Lebensmittel subventioniert. Also sie investiert in die Lebensmittel, bevor sie ihre Lebensmittel kaufen. Man verspricht ihrer Natur noch eine ökologische Lebensmittelproduktion, aber das Gegenteil ist der Fall. Die Gelder fliessen in eine Lebensmittelproduktion, die von Pestiziden, Importfurt und Antibiotika abhängig ist, die unsere Umwelt zerstört und unsere Gewässer vergiftet und das Trinkwasser vergiftet. Über eine Million Menschen in der Schweiz trinken Pestizidbelastetes Trinkwasser, das per Gesetz nicht mehr abgegeben werden darf. Ich bin eine so grosse Biokonsumentin, ich bin so erzogen worden, von zu Hause schon aus. Und ich habe einfach eine Erkenntnis gehabt, ich kann so viel Bio kaufen, wie ich will, meine Steuergelder fliessen in die andere Richtung. Und ich kann mich zwar bei der Bio schützen gegen Pestizide, wenn ich Bio-Essen kaufe, beim Wasser nicht mehr. Pestizide sind im Trinkwasser. Und ich kann auch so meine Kinder und auch ungeborene Kinder nicht schützen. Die Trinkwasserinitiative bietet die Lösung. Sie nimmt eben Ansätze beim prophylaktischen Antibiotika-Einsatz zur Tierhaltung, die dazu führt, dass antibiotikaresistente Bakterien wie Gülle auf unsere Felder kommen, so unsere Nahrungsmittel könnte erneuern. Und das ist eine direkte Bedrohung für unsere Gesundheit. Unvorstellbar, was würde passieren, wenn Antibiotika nicht wirken würden. Dann würden wir zurückheuen, unser Gesundheitssystem auf Veterinärmedizin zurückheuen. 100 Jahre zurück in das Zeitalter, wo Antibiotika für uns noch nicht zur Verfügung gestanden ist. Wir wollen Bühnen und Bauer unterstützen in diesem Systemwechsel. Sie sind abhängig von Agroindustrie, durch Pestizide, durch Importfutter, durch Antibiotika. Das kommt alles zum Ausland aus. Und wir wollen einen Systemwechsel machen mit der Trinkwasserinitiative, dass wirklich unsere Milliarden an Steuergelder in eine ökologische, naturnahe Lebensmittelproduktion fliessen. Für unsere Gesundheit und die Gesundheit der folgenden Generationen. Dankeschön vielmals. Und auf der Gegenseite, Herr Guthauser. Ja, ich möchte gerade vorwegnehmen, mir fehlt bei dieser Initiative einfach auch die Einbindung vom Konsument, sprich das Konsumverhalten unserer Bevölkerung. Und man ganz klar muss sagen, wenn sich das nicht ändert, wird bei der Annahme dieser Initiative kein Problem gelöst, sondern Probleme einfach exportiert, sprich ins Ausland verlagert. Ich glaube, wir sind uns einig, die Landwirtschaft ist stetig im Wandel. Sie ist immer bemüht, besser zu werden. Und das ist nicht die einzige Branche, die so handelt. Was man aber muss sehen, ist, die Nachfrage nach dem Produkt steuert natürlich auch das Angebot bei der Produktion. Und wenn wir es beim Bio davon haben, wo der Mertanteil ist, sehen wir es bei 11 Prozent. Sprich, da wäre natürlich noch massiv Luft nach oben. In der Produktion konnte man schon viel umstellen und musste leider auch schon eine Warteliste machen. Sprich, man denkt, mehr biologisch produziert, als nach einer gekauft worden ist. Und dementsprechend denke ich, ist der Konsument und das Konsumverhalten gibt auch vor, was produziert wird. Und das wäre für mich die richtige Lösung und nicht das steuern via Politik, sprich via den Direktzahlungen oder halt im Verzicht darauf. Es ist eine reale Gefahr, dass beim gleichen Konsumverhalten einzelne Betriebe werden aussteigen und auf die Direktzahlungen verzichten und die Produktion weiterhin mit Pestiziden werden fahren und man nachher die Ziele der Initiative auch nicht erreicht. Dankeschön vielmals, dann kommen wir mal jetzt schon zur offenen Debatte. Ja, also ich bin auch ganz der Meinung, dass man sicher beim Einkaufen sehr viel bestimmen kann, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Ich habe aber einfach die Erkenntnis, dass Milliarden eben genau in die andere Richtung fliessen, in eine industrielle Produktion, hat mir aufgezeigt, dass ich allein mit Bio-Lebensmitteln kaufe, dass wir nicht vom Fleck kommen. Also wir tun nicht nur beim Einkaufen, beim Einflussen, wie und was für Lebensmittel produziert werden, sondern vor allem beim Zahlen von unseren Steuergeldern, die dann auch in die Landwirtschaft fliessen. Auch das Argument, dass dann die Bäuerinnen und Bauern aussteigen und intensiver produzieren würden, das verhärt aber heute nicht. Die heutige Landwirtschaft, Verstoss gegen Umweltgesetz, sowie Klimaziel- und Gewässerschutzgesetz, also unsere Landwirtschaft, ist dermass am Anschlag, als intensive Produktion angeht, dass man nicht einfach sagen kann, okay, ich verzichte auf Geld und gebe noch mehr Vorgaben. Das geht nicht schon von Gesetzesherrn nicht. Also ich möchte hier einfach schnell weitersprechen. Es ist mir nicht bekannt, dass irgendjemand gegen Gewässerschutzgesetz verstosst. Das wäre eben nicht gesetzeskonform und würde sicher gehandelt werden, was man darum streiten kann. Ich würde es lieber so sagen, einigen wir uns darauf, auch wenn sie nicht noch intensiver produzieren würden, würden sie noch gleich produzieren, was nach ihrer Aussage schon zu Intensität ist. Sprich, das Ziel der Initiative wird nicht erreicht. Also man sieht, die Landwirtschaft hat einen immensen Einfluss auf Gewässer und Verstoss gegen Gewässerschutzgesetz. Zum Beispiel in Bern, wo ich hierher, also wir wohnen im Kanton Bern. In König zählt man von vier Trinkwasserfassungen, drei müssen schliessen, sagen zu viele Pestizide. Man bohrt im Wasserschloss Europas nach sauberem Wasser, weil man einfach merkt, die Pestizidbelastung ist so riesig. Statt dass man eben würde jetzt aufhören mit Pestiziden zu produzieren, was ja schon tausende von Bauerinnen und Bauern seit Jahrzehnten macht, ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Der Biolandbau ist da federführend. Man kann auch genug Nahrung produzieren, z.B. mit Milchkulturen, wo man laut einer Studie hat gezeigt, die viel mehr Erträge gibt als die konventionelle Landwirtschaft. Es gibt Lösungen und wir sind intelligent genug, diese zu nutzen. Und die sind auch viel wirtschaftlicher, wenn man, wenn man das noch schnell sagen darf, die Folgenkosten der heutigen Lebensmittelproduktion anschaut, die 7,6 Milliarden Franken sind jährlich. Kommen wir doch nachher zu der Kosten. Eine kleine Nachfrage an Herrn Guthauser. Also es ist ganz offensichtlich, dass man einen gewissen Ort zu hohe Werte hat über den Grenzwert, oder? Jetzt, wenn man auf das Gewässerschutzgesetz eingeht, also wir sind drüber, oder nicht? Das ist richtig. Grenzwerte werden zum Teil überschritten. Zum Teil sind die Grenzwerte auch gerade wieder angepasst worden. Also vorgängig sind sie enorm verschärft worden, jetzt sind sie wieder korrigiert worden. Ich denke, da muss man sich auch bewusst sein, die Analytik hat in den letzten Jahren massive Fortschritte gemacht. Und heute ist es möglich, auch kleinste Bestandteile zu finden. Im Wasser innen. Ich möchte nicht sagen, dass es nichts drin hat, aber man muss natürlich auch immer in Relation setzen, was hat das für Auswirkungen auf uns. Und nur weil man es nachwirken kann, heisst das nicht unbedingt, dass es schädlich ist. Vielleicht als Gegenbeispiel auch, wir wissen alle, es wäre ein Hormon gefunden im Wasser innen. Dort wissen wir auch, dass das effektiv Auswirkungen hat, auch auf die Wildlebenwesen. und da muss man sagen, muss man diese Diskussion vielleicht auch starten. Ich würde nicht sagen, das muss man alles in die gleiche Initiative hineinpacken, aber das darf man nicht ausblenden. Mir geht es wirklich darum, die Landwirtschaft hat das erkannt, da ist Korrektur am Goal und man hat ja auch im Parlament den Absenkpfad verabschiedet und das auch so aufgenommen, um die Gefahren zu minimieren. Also es ist alles nicht so schlimm, sondern immer noch in kleinem Mass, sagt Herr Guthauser, und es wird ja schon etwas gemacht. Gut, das widersprechen einfach sehr viele Studien, die neueste Studie, die herausgekommen ist, die aufgezeigt, dass Pestizide oder die Ungeborenen schädigen, und das kann bei den Männern zu verminderter Sperma-Qualität führen. Also Pestizide sind wirklich ein ganz grosses Gesundheitsrisiko. Die Grenzwerte sind eigentlich immer gleich, 0,1 Mikrogramm. Und das zeigt auf, dass auch dieser einfach fast tief ist. Wir müssen auf Pestizide aber verzichten. Wenn man zurückschaut, wissen wir ja, bevor das Pestizide im Wasser landen, dann vergiften sie unsere Bienen, Insekten, Pflanzen. 60% der Insekten fressenden Vogelarten sind in den letzten 30 Jahren verschwunden. Also das ist ein Indiz, den man ernst nehmen muss, den man sich fragen muss, warum passen wir nicht heute unsere Produktion an. Wir haben dadurch auch gefordert, dass Bildung, Forschung und Investitionshilfen umgeholt werden, damit Bauerinnen und Bauern bei diesem Systemwechsel wirklich optimal unterstützt werden. Und zwar spricht jetzt da gerade schon einige Folgen an, Herr Guthauser. Das löst ja insofern auch alles Kosten aus, wenn wir früher noch krank werden, wegen den Mitteln, die man im Trinkwasser findet. Wenn man künstlich Seen entlüften, wenn man Biodiversität hat, die schrumpft. Also es gibt ja die Kosten jetzt schon. Also warum würde man sich nicht einfach hier direkt adressieren und die Kosten von Anfang an versuchen zu einschränken, die es jetzt schon gibt? Ja, da können wir uns auch fragen, warum werden die Kosten nicht auch wirklich weitergeben an den Konsumenten? Das ist ein Vorwurf, der immer wieder kommt. Die konventionellen Lebensmittel seien jetzt günstig, weil die ganzen Umweltkosten nicht drin sind. Da muss man sagen, wer gibt am Schluss den Preis vor? Es ist leider nicht mit den Produzenten. Das wird einem vorgegeben. Man weiss, was für einen Preis man bekommt und man kann nachher nachher nachschauen, wie man es auch produziert. Und auch da muss man wissen, die Nachfrage ist gegeben. Und auch wenn wir zurückzuschauen, vor der Zeit, vor den Pestiziden, haben wir einfach auch noch eine andere Gesellschaft gehabt, mit anderen Voraussetzungen und aber auch anderen Herausforderungen. Wir hatten Erdenausfälle, die bis zu Hungersnöhe gefeiert haben, die wir heute umgehen konnten. Auch dank den Mitteln, den Pestiziden, aber auch allgemein den Hilfsstoffen, den es gegeben hat, unterentwickeln, in der Agrartechnik, in der Bewirtschaftung. Und zum Glück ist es ja nicht verboten, Schleuer zu werden. Und da ist man einfach dran. Aber da muss sich einfach jeder bewusst sein, den Konsum, wie er ihn heute hat, wenn man den aufrechterhalten will, dann kann man das System nicht von heute auf morgen ändern. Jetzt betonen Sie jetzt in dem Statement wie auch schon ganz am Anfang die Rolle des Konsumenten. Aber Sie als Produzenten und Produzentinnen, die es in der Schweiz gibt, haben ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Natur. Und natürlich auch gegenüber dem Trinkwasser, das wir alle trinken. Selbstverständlich. Und der Boden wie das Wasser, das ist unsere Lebensgrundlage. Es geht bei uns, ist das Denken über Generationen hinweg. Ohne Boden wie auch ohne Wasser können wir nichts produzieren. Das merken wir auch in einem Sommer, in dem es trocken wird. Das merken wir an einem Boden, der Erosion aufzeigt. Darum ist man da laufend dran. Aber wir können nicht den Konsumenten unsere Produktion aufzwingen. Sprich, der Konsument in unserer globalisierten Welt ist so frei und auch so gut informiert, dass er weiss, wo er was holen kann und das auch macht. Und das ist ein Punkt, wo uns einfach ein bisschen sauer aufstösst. Es ist ehrenswert, da wollen eine Vorreiterrolle einnehmen, aber es ist sicher nicht richtig, wenn der Konsument dann nicht mitzieht. Das ist einfach der Punkt, den man will aufzeigen und sagen, Achtung, wenn sich das Konsumverhalten nicht anpasst, werden Probleme einfach ins Ausland verschoben. Nehmen wir doch den Punkt gerade auf, als der Herr Guthauser sagt, dass man ohne Konsumenten nicht weiterkommt und dass der Konsument sonst einfach ins Ausland geht. und das kann ich auch für respektive Importeure aus dem Ausland ins Land bringen. Also Fakt ist, dass wir ja viel zu viel Lebensmittel produzieren, 30 bis 50 Prozent von unseren Lebensmittellanden im Foodwaste. Also wir produzieren auf Kosten und unsere Gesundheit viel zu viel Lebensmittel. Ich werde schnell den Punkt aufgreifen vom Herrn Guthauser betreffend informiert. Wir sind eben überhaupt nicht informiert über wie die Schweizer Landwirtschaft produziert. Darum ist ja die Initiative entstanden. Wer weiss, zum Beispiel, 50 Prozent vom Schweizer Fleisch mit Importfutter hergestellt wird. Das Importfutter kommt auch aus Brasilien. Das führt dazu, dass wir viel zu viel Gülen und Mist produzieren, durch das Importfutter, das unsere Böden nicht aufnehmen kann. Das führt zu einer immensen Biodiversitätszerstörung durch Ammoniak-Emissionen. Ammoniak ist ein stückstoffaltiges Gas, das ist das, was man riecht, wenn man Gülen ausbringt. Das ist flächendeckend in der Schweiz 70 Prozent hoch, als das Umweltgesetz erlauben würde, und das seit Jahrzehnten. Das schädigt unser Klima, führt dazu, dass unsere Gewässer und unsere Böden bedüngt sind. Und schlussendlich führt es dazu, dass im Mittelland flächendeckend zu viel Nitrat in unserem Trinkwasser ist. Nitrat gilt als krebserregend. Warum tut man denn nicht auf Schweizerfleischwerbung all das Mal drauf und sagt den Leuten ganz transparent, hey, die Hälfte von diesem Plätzchen, wo Schweizerfleisch drauf ist, stammt aus dem Ostland, zerstört im In- und Ostland unsere Umwelt. Aber wenn man jetzt diese Initiative, die von der Bauernseite befürchtete Auswirkungen hätte und einfach mehr importiert würde werden, dann würde man einfach, geht man sich da zu einen grünen Stempel in der Schweiz aufdrücken, aber im Ausland gäbe es vielleicht noch schlimmere Auswirkungen. Nein, das muss ich jetzt mal ganz klar sagen, was jetzt mit der Fleischproduktion anbelangt, Tierproduktion in Schweiz ist ja sehr auslandabhängig, ist durch die 1,2 Mio. Tonnen Importfutter. Und dann hat die Schweizer Bevölkerung die Ernährungssicherheitsinitiative angenommen 2017, die vom Bauernverband lanciert ist worden. Dort werden nachhaltige Handelsbeziehungen gefordert. Also Fakt, heute wäre eigentlich schon verboten, dass man importierte Güter so herstellt, dass sie im Ausland das Ausland zerstören. Das hat die Bevölkerung mit 78% Ja-Stimmen gut geheissen. Und der Bauernverband hat die Ernährungssicherheitsinitiative lanciert und behauptet heute noch, dass man im Ausland die Umwelt zerstören mit unserer Lebensmittelproduktion, die dann importiert wird. Also da ist jetzt Politik gefragt, ob der Bauernverband genau das nicht mehr passieren lassen. Also ich möchte klarstellen, ich behaupte nicht, dass im Ausland Umwelt zerstört wird. Ich möchte festhalten, dass wir in der Schweiz die Umwelt zerstören und wir sagen einfach, im Ausland wird gleich zum Teil anders, zum Teil schlimmer, zum Teil besser produziert. Dementsprechend wird dort die gleiche Umwelt belastet. Und das ist für mich ein Punkt, wo man festhalten kann. Da sind wir uns einig, die gleichen Produkte produziert machen hier wie auf einem anderen Kontinent die gleichen Auswirkungen auf die Umwelt. ob sie gut oder schlecht sind, kann man noch lange diskutieren. Und da möchte ich auch noch sagen, die ganze Geschichte um ein Foodwaste, das ist auch nicht auf gutdeutsch auf dem Mist von Produzenten gewachsen, sondern das ist auch der Konsument, der entscheidet. Das hat die Unternehmungen gegeben, Händler auch zweiklasse Riebel führen bringen, bis die Konsumenten. Bei den Apfeln ist es immer ein gutes Beispiel, weil man sagt, was bleibt am Ladeschluss in der Egal liegen? Es ist der Apfel mit dem Necki ab, mit dem Fleck. Das ist einfach eine Realität, die man darüber reden kann. Sonst geht es in die Richtung, dass man nur das zur Verfügung stellt, was es auch wirklich hat. Aber auch muss man sagen, aktuelle Geschichte, Corona-Krise, die Regale sind nie leer worden, bei den Lebensmitteln. WC-Papier ist eine andere Geschichte. Aber bei den Lebensmitteln waren die Regale immer voll. In den Städten, wie in Basel, von Montag bis Sonntag kann man einkaufen. In kleineren, grösseren Läden sind die Regale immer voll. Es gibt Brot frisch bis Ladeschluss. Das ist einfach eine Realität, in der wir drin sind. Es ist nicht das Interesse vom Produzenten, etwas zu produzieren, das nachher nicht konsumiert wird. Das ist für mich auch immer wieder störend, wenn das vorkommt. Aber wenn es der Konsument nicht mehr kauft und dabei ausweicht, muss man sagen, muss man dort auch ansetzen. Ich denke, dort ist richtig auch wieder den Konsument aufklären. dass das nicht schlimm ist oder dass das genau gleich essbar ist und dass man dort dahin geht. Wir leben im Wasserschloss Europas. zu viel Pestizid-Nitrate produzieren. Wir produzieren so, dass antibiotikaresistenten Bakterien unsere Lebensmittel kommen. Und alles, was wir ins Wasser lassen, geht weiter nach Europa, wo wir eigentlich dafür schauen, dass sie sauberes Wasser haben. Also unsere Produktion hat einen immensen Einfluss aufs Ausland, was die Wasserqualität angeht. Ich bin einverstanden mit dem Foodwaste. Man kann sicher bei der Bevölkerung wieder anfangen, aber wenn ihr mal auf foodwaste.ch schaut, dann sieht ihr, dass zwischen Produzenten und bis Endkonsumenten sehr viel von unseren Lebensmitteln vernichtet werden, die wir produzieren. Auf 500'000 Hektar Ackerland und 320'000 Hektar Weidenland produzieren wir Foodwaste. Und das ist etwas, was wir aufhören müssen. Und das braucht mit Produzenten und Konsumenten ein Zusammenspiel. Ich bin aber nicht einverstanden, dass man sagt, dass wir weniger produzieren können. Im Gegenteil, wir haben Mischkulturen, wir haben Biobauern, die genau vorzeigen, dass ohne Pestizide genau gleich viel geerntet werden kann. Die Trinkwasserinitiativen wollen, dass man die Forschung dort intensiviert. Sie stellen auch den Bärinobauern Investitionshilfen zur Verfügung. Es braucht jetzt einfach einen richtigen Wechsel. Gerne würde ich vom Thema Foodwaste, das ja nicht direkt Teil der Initiative ist, noch einmal zu etwas anderem kommen. Und zwar hört man wirklich viel, dass grosse Bauernbetriebe gerade im Mittelland würden auf Direktzahlung verzichten und dann auch das, was jetzt schon im ökologischen Leistungsnachweis drin ist, nicht mehr erfüllen. Sprich, man hat einen Schuss ins eigene Bein von den Initiantinnen und Initianten, dass Grossbetrieb viel mehr Pestizide, Antibiotika und so weiter einsetzen als bis jetzt. Haben wir das einfach vergessen oder ist das nicht die Realität? Nein, erstens einmal ist ja Fakt, dass die Milliardenzahlungen in die Lebensmittelproduktion dazu führen, dass wir unsere Umweltgesetze und Gewässerschutzgesetze durch die intensive Produktion nicht einhalten können. also der Bund macht mit unseren Steuergeldern Feuillanreizen in eine Produktion, die schlussendlich Gesundheit und Nährungssicherheit der Bevölkerung auf die Spiel setzt, ob schon das überhaupt nicht sein muss. Wir können ganz eine andere Lebensmittelproduktion finanzieren, eben wie wir gerne verlangen. Das ist eine pestizidfreie Lebensmittelproduktion und eine Lebensmittelproduktion, die wir so viele Tiere haben, die wir selber aufs eigenen Boden ernähren können, damit der Nährstoffkreislauf geschlossen ist, was heute einfach nicht so ist und Konsumentinnen und Konsumenten das gar nicht wissen. Und die Tierhaltung, schaut, das Tierwohl ist so etwas Wichtiges, weil wie wir unsere Tiere haben, das hat einen direkten Einfluss auf die Gesundheit von uns. Ich will es noch mal wiederholen, wir produzieren so, dass die Tiere Antibiotika brauchen in diesen Tierfabriken und die bilden sich durch das antibiotikaresistenten Bakterien, die kommen wie Agüllenmist auf unsere Felder und durch das unsere Lebensmittel und wir nehmen das auf. Wir sind zum Teil resistent, obwohl wir gar nicht Antibiotika reinnehmen. Wenn dann irgendetwas der Infektion ist, dann kann man uns nicht mehr helfen. Wir müssen unsere Tierhaltung anpassen, unsere Tiere müssen sich wohlfühlen und ohne Antibiotika gehalten werden. Ja, ich denke, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Wir haben diese zwei Extreme. Auf die einen Seite der Werbung in der heilen Welt Landwirtschaft zeigt, den ich euch recht geben kann. Das ist auch nicht die Realität. Auf die andere Seite hat er sehr viele Schwarzmalereibetriebe und ich muss sagen, sei es Pestizide, Dünger, Futtermittel oder Antibiotika, Tierarztkosten, das sind alles Kosten, die der Betrieb tragen muss, sprich, die er natürlich vermeiden will. Darum setzt man nach Möglichkeit so wenig wie möglich, so viel wie nötig einsetzen und wie ihr gesagt habt, auch vorgängiges Antibiotika, da ist natürlich die Landwirtschaft genau gleich wie alle anderen Leute daran interessiert, dass das auch in Zukunft die Wirksamkeit hat. Resistenzen, das ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt im Antibiotika-Einsatz und auch sonst. Jetzt haben Sie das zum Beispiel betont, auch wieder an dieser Stelle, dass Sie grundsätzlich die gleichen Probleme erkennen. Der Bund sagt, man macht schon. Jetzt ist es aber so, dass man ziemlich klar sieht, dass die Bauernlobby in Bundesbern sehr aktiv ist und wenn man sieht, was da für Gesetze gemacht werden, wie die Gesetze am Anfang und am Schluss aussehen, dass viel oft verwässert wird. Man sieht jetzt dafür an Bauernhöfen auf der Strasse die Aussage, dass das extreme Agrarinitiativen seien, die Dregwasserinitiativen und die Pestizidinitiativen. Jetzt ist es doch einfach so, sie müssen sich mit dieser Extremität Schlusszeichen. Nur auseinandersetzen, weil einfach alles, was weniger extrem ist, in Bern verwässert wird, von Seiten der Bauern und der Bäuerinnen. Ja, danke für den Punkt, den nehme ich natürlich gerne auf. Das ist genau ein Punkt, wo natürlich die grosse Bauernlobby so dargestellt wird. Man gehört auch immer wieder, klar müssen man so extrem rein, es wird am Schluss gleich alles verwässert. Und ich denke, das ist auch nicht richtig. Wollte man vielleicht von Anfang einen gemeinsamen Dialog suchen, und eine Diskussion gemeinsam führen, könnte man vielleicht etwas zusammen machen, das dann auch dauern kann, ohne zu verwässert werden. Ich möchte nur sagen, es ist natürlich schwierig, wenn man als Bauern, böse gesagt, immer der ist, der das Wasser vergiftet, Tierchen sagt, extra übertrieben, Tierchen quält und nur den eigenen Profit im Vordergrund sagt. Und gleichzeitig weiss man aber, mein Grossvater hat schon probiert, oder ich habe schon mal so etwas in diese Richtung probiert und es hat halt einfach nicht funktioniert. Aus diesem und diesem Grund, ich nehme jetzt da das auf, wir haben eben die Kannformulierung bei den Füttermittelkäufen oder was heisst die eigenen Tiere mit betriebseigenen Futterversorgung, die im Initiativtext drinsteht. Ich möchte das nicht bis ins Detail ausdiskutieren, weil das hier dann eben Diskussionen, die geführt werden müssen, aber das ist in der Umsetzungsphase drin. Mir geht es wirklich darum, diese Initiative ist zu extrem und sie würde nach dem Parlament nicht nur von den Bauern, auch von anderen Interessensgruppen bekämpft oder in der Umsetzung so ausgelegt, dass es am Schluss wieder geht. Und das tut mir schade. Ich habe lieber eine Vorgängung, eine Diskussion, einen Dialog zwischen Produzenten und Konsumenten, in dem wir wissen, wer was will und wie kann man das dann auch produzieren. Ich kann mir vorstellen, dass Herr und du Anderl meinst. Also ich gebe Herrn Guthaus natürlich sehr recht, es wäre mega schön gewesen, eine Zusammenarbeit zu stehen. Ich habe 2011 angefangen mit dieser Initiative zu versuchen, Vernetzung aufzubauen. Es ist mir nicht gelungen, weil man mir auch nicht zugelassen hat. Besorgnis aus der Bevölkerung hat man nicht erkannt. Man hat auch nicht erkannt, dass man die Bevölkerung fehlinformiert. Und dass jetzt bäuerinnen und Bauern natürlich erschreckt sind, wenn man so das Defizit von Landwirtschaft auf den Tisch legt und Massnahmen fordert, das kann ich gut verstehen. Was mich extrem dünkt ist die Reaktion von zweimal nein Plakaten. Wir sind Kundinnen und Kunden von den bäuerinnen und Bauern, die für uns Lebensmittel produzieren, die wir noch die Produktion unterstützen. Wir stehen auf und sagen, bitte, nicht vergiften, es gibt Alternativen, wir wollen euch unterstützen, mit Milliarden jährlich, mit Forschung, Bildung, Investitionshilfe. Wir können das zusammen machen und das Resultat ist zweimal nein. als Konsumentin ist wie ein Ohrfeiger. Wenn man mit uns den Dialog aufnehmen wollte, wäre das ja, z.B. bei einem Gegenvorschlag, wäre das möglich gewesen, der Herr Jans, der ist jetzt glaube ich Stadtrade bei euch, oder? Er hat sogar Staatspräsidenten zu tungepasst. Er hat einen wunderbaren Gegenvorschlag gemacht, hätten wir die Initiative zurückgezogen. Er wurde einfach abgewunken mit allem, was es nur gibt. Es ist nicht so, wenn man eine Initiative einrichtet, ist ja das eine Diskussionsbasis. Man kann miteinander tischhocken und sagen, wir suchen die Mitte. Das ist nicht passiert, im Gegenteil. Man hat immer uns bekämpft, also die eigenen Konsumentinnen und Konsumenten, die einfach nur legitim wollen, dass man nicht Lebensmittelproduktion unterstützt, die Gesetzesmiss sachtet und Gewässerschutzgesetz dazu führt, dass Millionen Menschen in der Schweiz belastet das Trinkwasser trinken mit Pestiziden und nicht daran belastet. Wir müssen leider langsam zum Ende der Debatte kommen. Zum Schluss noch eine ganz kleine Frage, mit dem Auge zu winken. Auf allen Tischen steht ein Glas Hanenwasser. Es wurde überall getrunken. An Sie beiden, trinken Sie zu Hause ihr Trinkwasser aus dem Hanen? Herr Guthauser? Selbstverständlich, ohne Bedenken. Frau Hörn? Ich trinke auch Hanenwasser, weil Mineralwasser, zum Beispiel Evianwasser, ist auch belastet. Also beim Wasser trifft es einfach alle. Und darum müssen wir jetzt zu unserem Wassersorg tragen. Wunderbar, dann war das der Schluss der Debatte. Wie üblich, haben beide Seiten jeweils noch eine Minute Zeit, um noch das Wichtigste zusammenzufassen. Frau Hörn? Die Initiative fordert wirklich einen Systemwechsel, wie sie in der Verfassung schon verankert ist, dass man naturnah, ökologisch und bodenbezogen produzieren, für unsere Gesundheitsstärke, natürlich Gesundheit von Natur. Das hängt dann zusammen. Ich erlebe eine Debatte jetzt bei der Trinkwasserinitiative, die mich ein bisschen an zehn Jahre zurückwirft, wo wir debattiert über das Rauchverbot, wo die Restaurantbesitzer alle gesagt haben, wir können nicht mehr existieren, man darf nicht mehr im Restaurant. Ich schaue jetzt zehn Jahre zurück und sehe, dass man sehr erfolgreich umgesetzt hat, man hat neue Lösungen gesucht und wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und eine Zigarette anzünden, fliege hochkantig raus mit einem Entsetzen rundherum. Genau das wird es auch sein mit der Landwirtschaft. Wir werden dorthin kommen, wo man in den Geschichtsbüchern lesen wird, dass wir noch mehr Pestiziden produziert haben, die unsere Gesundheit gefährdet. Ich freue mich darauf, wenn wir zurücksehen können und das gemeinsam mit der Landwirtschaft lösen können. Danke schön vielmals. Dann kommen wir noch zum zweiten Schlusswort von Herrn Guthauser. Gemeinsam mit der Landwirtschaft finde ich richtig. Ich wünsche mir wieder einen Dialog zwischen dem Konsumenten und dem Produzenten, Diskussionen, die man aufeinander hört und gegenseitig auf die Argumente eingeht und möchte einfach noch mehr darauf aufmerksam machen. Das Konsumverhalten ist massgebend. Nachfrage steuert auch bei uns das Angebot und dementsprechend wünsche ich mir, dass, wer das unterstützen will, auch das Konsumverhalten anpasst. Und wer sein Konsumverhalten nicht anpassen, darf die Initiative nicht unterstützen. Ich für mich teile ganz klar ein Nein stimmen, bin aber natürlich offen für Veränderungen und für den Dialogen mit meinen Konsumenten. Und bin froh, wenn wir in Zukunft auch zurück schauen und weiterhin trinken, unser Trinkwasser geniessen aber auch eine gesunde Landwirtschaft in der Schweiz aufrechterhalten. Danke vielmals. Das war das dem Fall vom Abstimmungspodcast 51% zu der Trinkwasserinitiative. Ein ganz, ganz grosses Dankeschön an Sie beiden, dass Sie hier auf Basel gekommen sind und mit uns debattiert haben. Das freut mich extrem fest. Danke gerecht immer. Danke sehr. Ja. nur noch zu sagen, hört auch unsere anderen Folgen, bleibt gesund und geht am 13. Juni abstimmen. fucking zum . bis